Leo, der Lastwagen Das ist Leo, der kleine Lastwagen. Was hat er denn heute dabei? Und das ist Max, der Bagger. Er spielt mit seinen Bauklötzen. Max, Leo will dir etwas sagen. Heute ist Leos Geburtstag und er möchte dich zu seiner Party einladen. Und da ist Lifty, der kleine Gabelstapler. Lifty, heute gibt es eine Party. Leo lädt dich zu seinem Geburtstag ein. Leo, jetzt machen wir die Torte für deine Freunde. Hier sind drei Kuchenschichten. Und mit diesem Spritzgerät und den Erdbeeren dekorieren wir die Torte. Als erstes kommt die Klasur auf den Kuchen. Und jetzt die Erdbeeren. Und natürlich brauchen wir auch Kerzen. Leo, kannst du uns Kerzen bringen? Lass uns im Sandkasten nachschauen. Hier sind sie nicht. Und hier? Auch nicht. Schau mal, da ist etwas unter der Rutsche. So viele Kerzen. Leo braucht drei. Oh, das sind bunte Partyhüte. Die brauchen wir für unsere Party natürlich auch. Die Kerzen kommen auf die Torte. Den Hut aufsetzen. Jetzt können wir auf unsere Freunde warten. Da sind sie ja. Sie haben Geschenke für Leo dabei. Hallo Freunde. Alles Gute zum Geburtstag, Leo. Hinsichtlich. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank.